As I say. Also ich bin als erster gestorben und ich habe mehr als ausreichend Kills abgekriegt um fertig zu sein. Ich habe es nicht an unserer Zweifel fertig. Mir fehlen noch einen bösen Feuer. Fehlt mir noch in Berlin, da fehlt mir noch ein bisschen mehr, oder? Weiß ich nicht, kann es sein. Nee, du wirst mit sprechen mit Dingens gerichtet. Nur ich habe den nicht abgefunden. Ja warte, kannst du mich mal gleich heilen, wenn es in deiner Macht steht? Ja, komm her. Wie ist es? Wo stehst du? Ich habe noch 270. Ja, ich stelle euch zusammen und dann geht es schneller. Hier vor mich. Ich muss dann ausdrucken, ich werde schmecken 50 Minuten. Warte, 20 Minuten kommt noch einer. Wartet. Pass, pass. Wenn keiner was haben möchte, der haut jetzt ab. Ja. So. So, ich muss nach links weiter. Wir müssen jetzt den Wüsten profil noch einmal töten. Wüstenfeuer verfolgt. Nein, nur. Wir sind nicht fertig. Ja, warte kurz, ich komme mit. Ich bin fertig. Und fertig. Ich reihe jetzt mal nach links weiter, wo wir es nichts finden müssen. Ich bin fertig. Ja, du musst da dritten zwei mal hintereinander abgeben und dann musst du in allem erlegen. Na, kommt hier rum, aber das Camp da drüben heißt. Und ich bin mit Kampfer. Siebisch bedarren. Ich weiß jetzt schon, wir sind jetzt kontakt durcheinander mit allen Quests, weil irgendjemand noch andere zusätzliche Quests macht. Wieso, solange ich mit der aktuellen Kampagnen-Quest, die ihr auch habt, übereinstimme ist, das ist doch vollkommen okay. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Wenn wir irgendwann mal hierhin kommen? Ja. Dann könnt ihr das Gebiet alleine machen und ich geh weiter, hups. Das war falsch. Ich hab so viele Quests, die ihr gemacht habt. Oh, okay. Vielleicht reichen wir mal vor. Ja, tut mal leid, dass ich grad noch in-fight bin, weil irgendjemand... So. Oh, da liegt ein Gold. Ist das meins? 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 Jo, es ist meins. Ein Gold? Nett. Ein Gold, 35,90. Ist sogar nicht aufgeteilt, das heißt, es ist von irgendeinem anderen gewesen, der es hat liegen lassen. Nein, es ist meins. Nein, es ist meins. Das meine ich damit eigentlich nicht. Ja, es ist meins. Oh. Ich hab einen, äh... Scheiße, jetzt hab ich einen Stab bekommen, der wieder besser ist. Das ist das Problem, warum beschwärst du dich, dass du etwas hast, was besser ist? Ja, weil ich viel gelb in den blauen Stab ausgegeben hab und der war halt extrem mega gut und jetzt auch ein bisschen mega scheiß. Oh, hier die ganzen Quests nehm ich nicht an. Geht nicht. Ich kann es nicht mehr annehmen. Nö, ich kümmere mich nur um eine einzelne Quest. Ich hab nur noch meine aktuellen High-Level-Quests angenommen und kann trotzdem gleich den Lock voll und kann nichts mehr annehmen. Ich weiß nicht, was euer... Ich kann noch sieben Quests annehmen. Wo steht denn das? Ich hab 19 von 30. Ja, ich hab die ganzen Quests aus dieser Kathedrale schon angenommen, die wir wahrscheinlich noch machen müssen, bevor wir in die Ebene gehen. Und das sind, äh... Können wir dann wenigstens auf dem Weg zumindest die Niederschnetzeln, die ich für die Quest brauche? Einfach nur, wenn wir schon mal unterwegs sind. Welche Quests? Also ich bin jetzt hier grad schon an diesem Punkt, wo es weitergeht quasi. Da muss ich jetzt irgendwie zwei Orders bekommen, in dem ich Adarak und Hirexis hier töte. Schau dir vorbei. Problem ist, die Box sind 37. So... Das ist Geheimnisse, die ich aufblicke, in der so lange große. So... Verdammt, diese große Menge an Items, die rumliebt, sagt mir, ihr könnt einen Bam gestanden haben. Schaltet Nachkommel, Logs, Gefähle, schaltet Adarak und gehen ins Geheimnis. Ja. Und das soll irgendwie hier drin. Nördlich sind wir mit Lhasa. Ja, ich bin noch zum Weg. Wartet! Dahin sind, wo dieser Weg, dieser Kasse ist. Genau da ist das. Nördlich sind wir mit Lhasa und mein Team. So. Ja, ich krieg Unterwegs einfach nur noch fressieren. Na! Ich lass mal diese Steinhaufen da vorne sind. Können wir hier gleich ein paar Viecher töten, weil ich muss hier alles kaputt haben, was hier rumläuft, deswegen... Ja, wir müssen hier überhaupt nichts töten, von daher eher nein. Eigentlich nur die Bosse hier. Und dann laufe ich mit denen halt ein paar Stunden im Kreis, bis ihr hier seid. Ah, Pire? Der nerdlichste Punkt auf der Karte, das bin ich, und da müssen wir hin. Nein, ich stehe vor dem Typen. Hä? Ne, Ancient Taric. Okay. Ja, hier, ich stehe doch direkt hier. Du stehst bei den Bossen? Ja. Okay. Ich könnte sie jetzt schon töten, aber ich lasse es. Das wäre sinnvoll. Ich stelle mich nur so in das für einen Typ, wo ich die schon mal anhauen kann. Und dann laufe ich mit denen halt ein paar Stunden im Kreis, bis ihr hier seid. Ich kann mich ersorgen, weil ich eines Branches. Ah, da seid ihr ja. Gut. Hilfe! 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 Was hast du gemacht? Hast du eine Meute gepult oder? Ja. Boah, ich habe die nicht absichtlich gepult. Bring sie ran, dass sie ist. Obwohl, habe ich doch. Aber trotzdem. Ich meckere mich nicht so blöd von der Seite an. Ich mag das nicht. Ah, hier, mich! Ich bin dabei. Zuerst gedacht, ich sag mal einfach, ich hätte sie nicht. Obwohl, ganz der Eingefall nimmt das Ganze auch hier aus. Boah, er ist wirklich geil. Ja, Micha, ich sagte, diese Lorange. Ich bin durchgehend am Heilen. Das Problem ist gerade, dass ich hier auch wieder so etwas zu bekommen und deswegen nicht stehen bleiben darf. Weil ich nämlich gerade am sterben bin. Ich habe schon gar nicht mehr abgedrückt. So, dein Herz nicht mehr. Ich hätte das Tote. Sieh, der hat doch einen Mund. Siehst du? War doch gut, die Anzuhauen. Alle, ja. So, wir können wieder. Trotzdem null Ausdauer he! Oder? Dann müssen wir hier die Dinger gepult machen. Ne. Nein, nein. Bring the science orders to Mirac. Hilfe! Oh, was? Ja, einfach so und geht schneller. Die schreit um Hilfe. Ich wollte eigentlich heute noch so gut zusammen. Kommen wir da noch? Meine Bitte. Ich werde da einfach mal jetzt beschaffen, das nicht mehr innerhalb der nächsten anderthalb Stunden. Ach, dann geh weinen. Ich mach halt gerne die Quests, die ich bekomme und hab die nicht einfach so im Inventar. Ja, aber machen wir sie nicht dann nur was ab. Lust und Zeit und... Wir haben Zeit. Naja. Oh, die sind orange. Wenn Tätiger bitte nicht die Aussage, Janina. Okay, wir machen jetzt aber nur fix die Quests für die Instanz. Weil jetzt hast du die Quests nämlich total weit gemacht, da muss ich keine von uns wieder was ab und... Ne, darum geht's gar nicht. Es geht einem nur darum, Aussage tätigen und... Ja, dann andere. Ja, aber wenn ich hier... Ich nehm noch die Sachen so oder so an. Das heißt, wenn die Viecher ein Ausrufezeichen über dem Kopf haben, kann ich die doch auch kaputthauen, unterwegs. Ja, wir können sie einfach lassen, damit wir schneller das machen, was wir eigentlich machen wollten. Aha. Weil ich hab jetzt gerade eine Stunde irgendwelche Gegend gepampert gefunden, damit wir die Sachen schnell hinkriegen. Geh weinen. Geh extra dafür. Geh einfach weinen. Wo war der Eingang? Ah, okay, weiß ich nicht. Was kommt denn mit des Titus? Das Problem ist der Geheimgang, der ist ein bisschen scheiße versteckt. Ja, hat einen Geheimgang so an sich. Haben die Typen gekreht anstatt Beine? Anscheinend. Die haben Auspuff? Was sind das hier für... Ach, das sind Maschinen alles hier. You don't say. Dann hast du diese Vicky, diese Alkohol, auf dem Boden liegen sie erst wie so Skorpione. Aber das ist ja echt Roboter. Oh, ey. Äh, sehr praktisch, äh, Roboter in der Wüste. Ja, Sand in Betrieb und so, ne? Hm. Michi, magst du mir einmal helfen? Äh. Hast du viel gepult, oder was? Oh, ich wollte ja einmal durch die Gruppe laufen. Hier sind so schön Fehler, deswegen. Ja, warte, ich bin ja noch die Karten durchgelegt. Hm. Ja, die Quest muss voll, als wenn du es wolltest. Ich könnte sie nicht machen. Ich muss die nicht töten, weil ich die Quest nicht mehr annehmen kann. Kannst du mir trotzdem helfen? Ja. Ich bin in der Heil... Ohhhh? Dann heil mich, meinetwegen. So. Ich muss doch kein Geheilwerb. Weil er meinte, äh, muss ich das Ganze wieder umstehen? Ne, ne, ne. Oh, oh. Ja, jetzt muss ich noch mehr Quest aufbrechen. Hm. Ja, wenn du die machen würdest, statt nur anzunehmen, so wie ich, dann wäre das kein Problem. Ja. 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 Dann muss ich hier die Roboter kaputt, dann habe ich wieder einen frei. Helft mir doch einfach ganz kurz. Oh nein. Ja. Ja, dann kann ich mit euch nicht in die Instanz, weil ich keine Quests abbrechen werde. Ja. Ja, okay. Ich habe 16 Quests oder 15 Quests abbrechen müssen, damit ich mit euch überhaupt jetzt weiterarbeiten kann. Ich muss ihn wohl auch machen. Weil für so viel Quests haben wir keine Zeit mehr. Ja. Ich bin irgendwie nicht so halb, das ist gut. Kommst du? Ja, wenn ich die nicht annehmen kann, werde ich die nicht machen können. Punkt. Aus. Ende. Dann sag bitte das nächste Mal nicht, du möchtest den Instanz machen. Ja. Genau. Dann sag, du möchtest einfach nur das machen, was die letzten drei Stunden gemacht haben. Flessen. Damit wir wissen, was wir planen und was wir machen. Alter Schwede. Ui. Ich verstehe. Ich bin wieder mal ein bisschen ausbauen, Micha. Ich bin wieder mal ein bisschen ausbauen, Micha. Ach! Warum nicht? Das kippt mich jetzt schon an. Ja, aber gut, dass er auf mich wartet. Es gefällt euch den ganzen Raum auf mich zugelaufen. Ich habe nur einen kurzen Blick in den Raum geworfen. Man fing an, auf mich loszuspringen. Ja, ich sag ja, schön, dass du auf mich wartest. Ja, dann benutze einfach. Super, jetzt bist du auch da. Okay. Und kaputt. Oh, von denen muss ich jetzt zum Beispiel gar nichts machen. Was zum Geier ist das? In der Englisch-Chart wahrscheinlich. Der nimmt die Typen irgendwie auseinander und weiß ich nicht. Aber, oh, ich tauske. Ach, Sonic, geh mir grad nicht auf den Keks, bitte. Okay. Das reicht. Es reicht wohl noch einmal kurz grauen und dann war der wieder weg. Okay, müssen wir... Müssen oder sollen wir diese ganzen... Wir müssen einfach jetzt das Event hier durchmachen. Dann komm da bitte zur Mitte hin. Ja, ich kann grad nicht. Ich werde angegriffen, falls du das nicht siehst. Das ist wie gesagt. Also ich würde mit dem... Ja, ich kann mich grad einfach schlecht bewegen, was hier ist. Weil ich sicher den vorbei kam. Wackel, 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 wackel. Ja, mittlerweile 3000. Da gibt's nur ein Stab hier. Oder wo? Cool. Ja, weil ich jetzt noch frei bin, ich bin ja nicht in mir. Ich hab's nicht in mir gehört, ich hab's nicht in mir gehört. Naja, stell das nicht an. Nein, ich muss nur dran denken, weil es ist für mich neu, dass wir Sachen hoppen. Ich bin ja nicht in mir. Wir sterben, ich bin ja nicht in mir. Ich hab's nicht in mir gehört. Baut jeder noch jetzt? Ah, ich hab's nicht gehört. Ne, der eilt sich. Einfach gegen, das ist alles. Ich hab's nicht in mir gehört. Nein, wir müssen nur mit denen reden, abgesehen davon, dass die nicht böse sind, aber... Ich finde die nicht hässlich, ich finde die cool. Na, mein Dicker. Ja, danke. Der letzte. Wunderbar.